Was geht ab Leute, Cricks am Start und heute mit einem neuen Video und zwar geht es heute um das Live-Event, was jetzt vorhin passiert ist. Ich habe euch das Video extra hier aufgenommen, falls ihr es nicht live mitsehen konntet, könnt ihr das jetzt hier im Video nachholen. Ansonsten habe ich vorhin noch zwei Videos hochgeladen, checkt beide Videos aus. Ein Video davon ist auf jeden Fall ein Double Pump Trick, das heißt in diesem Video habe ich euch gezeigt, wie ihr den Double Pump Trick in Season 7 benutzen könnt. Wie gesagt, checkt das Video einfach aus, unten in der Videobeschreibung findet ihr die Links, ansonsten oben rechts auch in der Infokarte. Ja Leute, gönnt euch hier dieses komplette Video, ihr müsst es euch wirklich komplett anschauen, denn es sind auch Sachen dazu gekommen, von denen ich auch nicht gerechnet habe. Ich dachte, das wäre einfach jetzt nur dieses Live-Event, aber da sind auch noch ein paar neue Sachen ins Spiel hinzugefügt worden mit dem Live-Event. Deswegen checkt dieses Video ganz bis zum Schluss aus. Aber ansonsten würde ich sagen, halte ich jetzt meine Fresse und ihr gönnt euch jetzt das ganze Video. Let's go, haut rein und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.